Hallo wie geht's die Klerosietestgelände und herzlich willkommen zum weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute kommt ein sehr geiles Video, was ich schon tatsächlich lange geplant habe und ich weiß, Leute ich weiß, Chris hat heute 1 zu 1 gleich das Video hochgeladen, aber ich könnte Chris jetzt richtig in die Pfanne hauen, denn Donnerstag, 26. November, Sprachmemo von fieser Dinkel. Was geht ab? Mir ist gerade eine ganz coole Idee gekommen, die wir vielleicht umsetzen können, wenn du da Bock drauf hast. Das ist eine kleine Prognose, welche Waffen in Warzone geil werden und dann stellt halt jeder vielleicht so zwei Waffen. Und Chris Antwort darauf? Schwierig denke ich, weil man ja immer noch nicht weiß, wie genau das implementiert wird. Bleiben die Aufsätze so? Bleibt der Schaden USW alles so? Und am Ende stimmt einfach gar nichts, was wir sagen. Aber, aber keine Sorge Leute, keine Sorge, kein Stress oder so. Chris hat mir vorher schon geschrieben, dass das Video hochladen wird und so weiter, ich habe auch gesagt, ist alles kein Thema. Sein Chat hat es ihm nämlich auch schon vorgeschlagen und er hat mir ja auch ein Shoutout gegeben am Anfang von seinem Video. Nur, dass ihr wisst, warum ich das Video jetzt auch noch hochlade. Und da ich das neben dem Studium nicht geschafft habe, noch schnell das Video hochzuladen und ansonsten die letzte Nacht komplett hätte durchmachen müssen, heute wieder nicht lernen können und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Wenn ihr euch allgemein willkommen auf YouTube-Mega interessiert und nichts mehr rund um Waffen, Tipps, Tricks, Klassenvideos und so weiter, Updates, alles, was ihr nicht mehr verpassen wollt, lasst unbedingt ein kostenloses Abo da. Demo kommt ihr nämlich immer in eurem Abo-Feed angezeigt, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird. Und müsst euch nicht darauf verlassen, dass der YouTube-Algorithmus euch die Videos vorschlägt, weil das ist immer ein bisschen random. Wenn der keinen Bock hat, dann kommt mein Video einfach gar nicht zu euch durch, obwohl euch das Video vielleicht interessieren würde. Und ich würde mich über eine positive Wertung freuen. Jetzt gehen wir aber rein und analysieren mal ein bisschen, was am 16.12. vom Zusammenschluss Call of Duty Black Ops Cold War und Call of Duty Modern Warfare Warzone, was für Waffen die Meta werden können. Ich weiß, es ist ein sehr, 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 sehr subjektives Video. Und eine sehr, sehr subjektive Meinung, weil das Update ja erst noch kommt. Ja, also im Moment haben wir ja bisher nur die Waffen im Multiplayer und die Waffen halt in Warzone. Also man weiß noch überhaupt nicht, wie das Ganze angepasst wird. Ich werde gleich ein, zwei Waffen erwähnen, die halt in Cold War absolut strong sind, aber man jetzt nicht unbedingt weiß, ob die Waffen genauso stark auch in Warzone werden. Die Waffen, die ich aber euch vorstellen werde, werden Waffen sein, die ich auch als allererstes in dem Game zocken werde. Am 16.12., sobald die Cold War Waffen halt auch verfügbar sein werden. Fangen wir mit meiner... Löh. Fangen wir mit meiner Lieblingswaffe an, die ich auch am... als allererste Waffe... Die ich als allererste Waffe in Cold War auch auf Gold hatte. Und zwar, meine geliebte M16. Putz. Die Frage, wo ist der Dude? Ah, hier. Nein, ich bin Arsch. Nein, er ist schlau. Bo, 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 bo. Die M16 ist eine Burst Waffe, die seht ihr gerade im Hintergrund. Und ich weiß auch nicht, was die mit dieser Waffe gemacht haben, ob das Absicht ist, aber die Taktik wäre vor allem das zweite, was ich euch gleich auch noch vorstelle. Sind wirklich absolut strong. Die sind wirklich unfassbar gut in Cold War. Also keiner weiß auch so wirklich, was die damit bezwecken wollten, aber das sind... die haben eine Reichweite. Die droppen dich so dermaßen schnell. Die Time to Kill von den Waffen ist auch wirklich richtig krank. Ich habe ja auch schon zu der M16 auch ein Video hochgeladen. Und das ist wirklich... Keine Ahnung, das ist komplett krank. Ups. Ey, ey, ey. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich fände eine Meta mit Burst Waffen richtig nice. Natürlich nicht so richtig eklig overpowered, aber ich fände es schon nice, wenn die... Aber ich fände es schon nice, wenn die mal so etwas Neues reinbringen, weil die Farmers kann man ja jetzt nicht wirklich gebrauchen. Ich weiß nicht ganz, wie man das bewerkstelligen könnte, dass die halt nicht komplett overpowered ist, weil in Cold War ist es natürlich so, dass wenn du einen Burst in den Körper, egal wohin, vom Gegner setzt, er wird direkt umfallen. Also wenn du jede Kugel triffst mit dem einen Burst, dann wird der sofort sterben. Das kannst du natürlich in War so nicht machen. Kannst du nicht einer, der drei Plates drin hat, volles Leben hat, mit einem Burst auseinandernehmen. Das wäre ja... Das würde ja auch keinen Spaß machen, damit zu spielen. Aber zwei Bursts zum Beispiel in den Oberkörper? Ich glaube, das würde richtig Spaß machen, damit zu spielen. So, in Cold War gab es ja acht Aufsätze pro Waffe, beziehungsweise acht große Aufsätze, die er noch Unterkategorien hatte. Und genau diese Aufsätze wird man auf jeden Fall auch in Warzone benutzen können. Deswegen glaube ich schon, dass sich die Waffen irgendwo ähnlich anfühlen werden. Aber dadurch, dass die Engine ja auf Warzone aufgebaut wird, also Warzone wird sich noch gleich anfühlen, nur die Leute, die halt vorher Cold War Multiplayer gespielt haben, werden sich in gewisser Weise neu orientieren müssen. Ich habe das auch selber total gemerkt. Als ich eine Zeit lang nur Cold War Maus und Keyboard gespielt habe, hatte ich total Probleme mit Modern Warfare, also in Warzone wieder reinzukommen. Trotz alledem werden alle Aufsätze, die man in Cold War benutzt hat, auch in Warzone auf den Waffen verfügbar sein. Das haben diese Leaks hier ergeben. Hallo, wie geht's? Da wir gerade eine Primärwaffe hatten, gehen wir mal zu der ersten Secondary, und zwar der MP5. Ich weiß, jeder von uns rechnet damit, die meisten ist das jetzt nichts Neues oder so, aber die MP5 ist in Cold War einfach eine Maschinenwaffe gewesen. Die wurde ja auch als eine der ersten Waffen gepatcht, weil sie wirklich viel zu strong war. Jeder hat nur noch die MP5 gespielt, und die meisten haben sich schon im Zuge darauf, dass sie so stark ist, darauf eingestellt, dass sie auch in Warzone, wenn die Cold War Waffen dann übernommen werden, höchstwahrscheinlich absolut stark werden wird. Und auch wenn sie jetzt ein bisschen schlechter gemacht wurde, gehe ich irgendwie davon aus, dass sie, ja, jetzt vielleicht nicht Meter, aber ich meine, in Warzone ist sie ja jetzt auch nicht wirklich Meter, die R9 ist ja immer noch ein Stück weit besser als die MP5, aber ich glaube schon, dass sie wirklich stark werden wird. Deswegen, ich habe gerade schon die M16 genannt, wird mein allererstes Loadout die M16 als Primär und die MP5 als Secondary sein. Meine zweite Primärwaffe, die ich auf jeden Fall im Auge behalten würde an eurer Stelle, ist die zweite Burstwaffe, und zwar die AUG. Ich habe am Anfang schon ein bisschen durchklingen lassen, dass die Burstwaffen allgemein, oder die Taktik-Währe sehr, sehr stark sind allgemein. Hier ist doch einer drin, oder? Wer ist oben? Wer ist hier? Was? Ich hab mich sehr entspannen. Exklusiv mal. Die AUG ist halt auch eine wirklich extrem starke Waffe in Cold War. Ich würde schon sagen, auch eine der Meta-Waffen im Multiplayer. Die AUG ist etwas langsamer als die M16 vom Handling her. Oder vom, ja, wie nennt man das? Allgemein ist das Movement mit der AUG ein bisschen langsamer. Deswegen bin ich noch ein größerer Fan von der M16 als von der AUG tatsächlich. Aber beide Waffen sind wirklich sehr, sehr stark. Und ich werde beide Waffen am Anfang ausprobieren. Eine weitere Waffe, die ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant finde und auf jeden Fall zocken werde, ist die XM4. Das ist mal keine Bursteads. Halleluja, ich weiß. Sondern eine normale AR. Playchat. Ups. LOL. Hä? Haben die gezeimt? Spricht du es? Die XM4 ist so eine, die XM4 ist vom Gefühl her so eine Allrounder-Waffe, wisst ihr? Die kann halt, die kann stark werden, die kann aber auch so jetzt nicht geisteskrank overpowered werden. Ich weiß es nicht. Also es ist so ein bisschen, es ist eine sehr, sehr gute Einstiegswaffe. Da kommt einer. Oh mein Gott. Ey, 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 ey. Ich habe alles an ihm geschossen. Und ich habe ja auch schon ein komplett ausführliches Video zu der XM4 gemacht. Findet ihr in der Videobeschreibung, wenn ihr da Bock habt. Also wenn ihr euch allgemein auch für den Multiplayer interessiert. Ein bisschen sehr ausführliches Klassenvideo, wo ich es auch alles analysiere. Time to kill und so weiter. Alles auf den Multiplayer bezogen. Denn die gesamte Time to kill, das muss ja für die neue Engine alles neu ausgerechnet werden. Und neu berechnet werden und neu festgelegt werden. Und ich bin richtig gespannt, wie die das umsetzen. Aber die XM4 ist halt eine ganz normale, glaube ich, casual, gute Waffe. Ich glaube jetzt nicht, dass die OP wird, wie gesagt. Also nicht eine absolute Meta-Waffe. Aber es kann wirklich gut sein, dass ihr die im Auge behalten solltet. Kommen wir zur wunderbaren Shotgun. Ja, Leute. Ich muss euch leider auch eine Empfehlung ausgeben. Es ist meine Pflicht, als Call of Duty News YouTuber oder was weiß ich auch immer für ein YouTuber ich bin. Es ist meine Pflicht, euch auch für solche Waffen oder euch solche Waffen zu empfehlen. Und zwar ist es die Hauer. Die Hauer ist im Multiplayer extrem stark. Egal auf welcher Range, solange eine Kugel connectet, macht sie Two-Shot. Also es könnte sein, dass ein Gegner auf 40 Meter Entfernung steht. Solange die Kugel ankommt und den Gegner berührt, verliert er die Hälfte seines Lebens. Stell dir mal vor, das ist in Wars und so. Hier gibt es so ein... Ihr schießt einmal und egal, wie weit der Gegner weg ist, er verliert die Hälfte des Lebens. Ich glaube aber nicht, dass die so krass OP sein wird. Aber wenn ich euch eine Shotgun empfehlen müsste, dann wäre das auf jeden Fall die Hauer. Aber es wäre natürlich ganz geil, wenn die R9 mal abgelöst werden würde. Boah. Das war aber knapp. Letzte Waffe, die ich euch vorstelle. Ihr denkt es euch wahrscheinlich schon. Es ist eine der schlechtesten ARs in Warzone, aber mit einer der besten in Cold War. Und zwar die AK-47. Und ich bin wirklich gespannt, ob die die AK-47 in MW dann auch ein bisschen besser machen werden. Weil, also die... Das sind wirklich... Unterschiede, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die AK-47 ist in Warzone eine wirkliche Arschwaffe, wie ich gerade schon gesagt habe. Mit Cold War wirklich insane gut. Und da kann ich euch nur empfehlen, dass ihr die Waffe auch ganz oben mit auf eure Liste packt. Im Endeffekt wäre meine Liste jetzt auf jeden Fall M16 mit Overkill, MP5 oder Shotgun, also der Hauer. Oder die AK-47 mit MP5 oder mit der Shotgun. Da müsst ihr ein bisschen schauen, was für euch besser ist. Ob ihr euch für eine Burstwaffe sehr interessiert. Oder ob ihr am liebsten erstmal mit einer normalen Assault Rifle anfangen, wie mit der AK-47 oder der XM4. Wenn ihr noch weitere Vorschläge habt, was im Cold War so richtig strong werden könnte, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin sehr auf eine Diskussion gespannt. Lasst eine positive Wertung da, wenn euch die Idee gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Wie gesagt, würde ich mich gerne freuen. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.